. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Widget mit Shigo, Kundan, McFly, Tauta und Liquid. Hallo. Servus. Und einer neuen Map, beziehungsweise zwei neue Maps. Und die Wintermap wurde erstmal rausgenommen, obwohl ich das sogar verstehen kann. Die Wintermap war meiner Meinung nach super schwer gewesen als Prop, weil es echt nicht viel gab. Und wir haben jetzt eine Bücherei und Morgenstunde. Das ist jetzt die Bücherei. Das heißt, man kann bestimmt auch noch reingehen. Oh Gott. Und es wurde auch ein bisschen was geändert am ganzen System. Also auch viele Sachen, die ihr bemängelt habt, da wurde ein gutes Mittelmaß gefunden. Die Sucher kriegen jetzt zwar keine Strafe, wenn sie halt daneben werfen. Das finde ich wäre auch echt blöd bei so vielen Props. Aber du hast jetzt so ein bisschen Cooldown auf Kartoffeln werfen. Also wenn du, so wie so eine Gatling Gun. Wenn die übersteuert, also wenn die hier überhitzt, dann hast du wieder Cooldown und musst warten. Und genau so ist es jetzt auch. Aber meiner Meinung nach ist immer noch das Hühnchen der wichtigste Skill des Suchers. Absolut, ja. Das ist ja wohl der beste Prop ever. Lol. Das kann nur download sein. Hey, bleib gehen du! Also was heißt draußen, ne? Was haben wir so? Was denn? Weg bleiben? Oh, die Schilder kann hier raus. Ach du heiliger. Der ist so riesig. Er sieht mich nicht. Er ist bocht. Ich habe viel Leben. Ich habe viel Leben raus aus der Bibliothek. Der ist groß, ne? Gehen wir bis zu riesig. Goddammit, er ist oben auf dem Dach. Das Spurgenpad ist weg. Ich glaube es nicht. Er kommt wieder runter. Er war mein. Ja, jetzt gesichert. Ich glaube es nicht. Und dieser, dieser große Busch ist ja wohl richtig genial als Prop. Ich wusste nicht mal, dass es ein Prop ist. Ich habe es halt nur nicht geschafft, ihn wieder aufzustellen. Oh mein Gott. Ich weiß, es ist eine fucking Bibliothek. Hier liegt überall Bücher rum. Ja, welches Buch kann das Buch sein? Das größere Problem ist, dass es draußen noch einen Irrgarten gibt. Oh nein. Was? Ja, es ist eine wirklich sehr, sehr große Map. Deswegen, also eine Sache finde ich halt bei dem anderen Propan zum Beispiel ganz gut. Was wir manuell gemacht haben bei Propan, dass man Geräusche machen muss. Nach einer gewissen Zeit. Und bei Call of Duty Propan war das sogar automatisch. Es gibt hier supergeile Verstecke, aber unendlich viele. Also wenn ich das so sehe, hier ist ja alles ein Versteck. Du kannst ja überall eigentlich... Du kannst dich einfach als Buch mitten in den Raum hier legen. Hier sind tausend Sachen. Kannst du nicht sogar auf die Bibliothek oben drauf? Mein Hohn hat irgendwas im Irrgarten gefunden tatsächlich. Das wird der Kunran sein. Ich dachte auch, ich habe da nichts mehr. Aber dafür sind halt die Hühner ganz gut. Ich mag das Huhn als Sucher schon. Das hilft schon. Wobei bei der Map tatsächlich der Crapplinghook wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen ist. Ja, aber woher willst du dann wissen, wo die sind? Da musst du alles anwerfen. Sehe ich da gerade Kunran? Aber trotzdem ist die Map ziemlich nice. Ach nee, wir sind natürlich Props. Kunran ist ja schon ein Hunter. Also hier wird der kein... Ist von den anderen Props jemand im Irrgarten? Ich bin in der Nähe, eventuell. Vielleicht auch nicht. Man kann auch alle möglichen Türen aufmachen. Bestehst du aus sehr viel Papier? Nein. Ich bin kein Buch. Ja, das war die Frage. Ich sehe so aus der Ferne, sehe ich diesen riesigen Baum mittig im Irrgarten. In der Astgabel liegt einfach ein Buch. Naja, die hängen halt auch total strange Sachen rum. Jaja, also da hätte ich niemals gedacht, dass das einfach kein Spieler ist. Hier stehen auch Stühle und Kästen. Jaja, da ist alles mögliche in dem Irrgarten. Ich finde es viel gruseliger, dass die Kissen wackeln. Die leben irgendwie. Und schon werft ein paar geschickte Hühner. Die Map ist echt, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ja. Ja, ja. Ja, ich weiß ja gar nicht. Ich glaube, zwei, drei Leute oder so können vielleicht sogar auf ein, zwei. Ich weiß es nicht. Okay, dann ist es halt schon eine Menge, ne? Oh, einer ist hier unten bei mir. Aber was könnte er sein? Ja, genau. Ich bin sicher, dass ich da hinten bin, da? Wohnleuchter vielleicht? Wow. Der Sessel. Der ist draußen. Ich bin das magische Kissen. Ich bin das scheiß Haus. Holy shit. Der ist in großen Map. Ich wollte das scheiß heißen. Wer war der Typ mit dem grünen Hütchen? Das war ich unter anderem. Ich habe auch eins. Also irgendeiner Stadt gerade so ein Zentimeter neben mir oder so. Wer hat den Standard-Skin-Kopper? Der ist zweimal an mir vorbeigerannt. Unser grün dran. Ich habe auch das Hütchen aufangehört. Oh Gott, das ist schon wieder. Oh, jetzt Versuch er. McFly, die Mama. Mama McFly wieder. Achso, Liquid. Oh, nee. Das ist ja auch Liquid. Guck dir, guck dir. Du hast doch nicht an dir. Hast du es gehört? Nee. Du darfst doch nicht mehr raten, dass wir schon was gehört haben. Ich habe ja nichts gehört. Aber ich würde mal sagen... Irgendwo hinter dir. Hier draußen war das. Diesmal habe ich ein starkes Versteck, glaube ich. Es gab noch so viele Verstecke. Assassin's Creed, ey. Chicken. Vor allem, du kannst halt drinnen überall sein, du kannst draußen überall sein. Auf der Bibliothek, ja? Auf der Bibliothek ist ein Käse auf dem Dach. Und das ist kein Spieler? Hier steht auch ein Gurkenfass. Das hat mich auch oben drauf. Ach doch. Der eine Käse ist ein Spieler. Wo ist der Käse hin? Wo ist Kundran hin? Du bist direkt da am Dach runter, ne? Aber ich glaube, dann bist du schon wieder weg. Oh, wow. Nein. Das Ding ist, du musst halt Chicken werfen, dass du erst was findest. Rumlaufen. Also auf der Map ist Gary Syncions sehr essentiell wichtig, oder? Ich glaube, ich bin unfindbar. Also, wenn ich da jetzt nochmal hinkomme und dann müsste ich, also wenn du jetzt, ich muss W drücken, um da zu bleiben. Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das ist auch immer ganz geil. Ja, dann hängst du irgendwo. Ja, ja, genau. Wenn ich da bleiben würde, würde man... Das heißt, da könnte sogar irgendein Gemälde sein oder so. Also ich bitte... Ne. Jetzt. Ne. Ich laufe mal wieder ein bisschen rum, ich suche noch ein besseres Versteck. Mein Versteck ist super. Aber ich kann nicht. Oder ich suche einen geileren Prop. Hängst du fest, oder was, Kondran? Ja. Also ich kann... Aber die Map ist wieder sehr schön. Also Leute, wie gesagt, wenn ihr Widget mehr sehen wollt, auch dann nochmal in großer Runde, dann kündigen wir das nochmal so an, dass wir vielleicht zehn Leute sind. Dann lass gerne ein Like da. Ich möchte dir aber auch noch... Oder wir wollen euch auch noch die andere Map zeigen. Also es gibt ja zwei neue Maps. Deswegen spielen wir die in dem Part und nehmen dann gleich nochmal die andere neue. Und die Wintermap wurde ja, wie gesagt, erstmal wieder rausgenommen. Wo hängst du denn? Ich höre ja, dass du dich bewegst. Direkt hier unten. Ich bin nicht mal ich. Ich laufe ein bisschen durch die Gegend. Irgendeiner ist hier direkt bei mir. Das ist unlucky. Das ist unlucky. Mit meinem Pop, echt klasse. Ich wollte mich eigentlich halt auf die Kiste... Ja, ja. Da oben ist er. Ja. Liegt der grüne Hutzmann. Ja. Kann man durchs Dach durch? Ich bin jetzt durch die Scheibe geglitscht. Nee, man kann oben, gibt es Fenster. Nein, die sind eigentlich zu. Also ich bin auch eigentlich dagegen geflogen. Bin dann irgendwann rausgeglitscht. Ich wollte gerade sagen, ich bin... Hab dich beworfen und auf einmal... Ja, sagst du, ja. Vielleicht war ich auch nie drin. Ah. Aber ein. Komm her, du Becher. Werd jetzt nicht gebechert. Okay, das ist schon krass. Also ich glaube, wenn ich jetzt hier liegen bleibe, würde es mich nicht finden. Digo, rein zum Shoppen. Ja, ist der los. Das ist nicht fair. Also ich habe gerade erst mal das Hühnchen in den Kamin gejagt, aber da war nichts. Ich würde mich aber super interessieren, wenn wir da reinkommen. Gerade, muss ich gestehen. Wir machen gleich in der dritten Runde unter einer Minute müssen die Props laufen. Mein Gott, ist ja furchtbar riesig hier. Also immer laufen. Darfst nicht stehen bleiben. Ich gebe euch jetzt noch eine gute Chance. Wer ist mit Vorfeld wieder vorbeigerennt? Der ist irgendwo da drin, da oben. Und was dick ist hier, ey? Ich weiß nicht, wie ihr aufs Dach kommt. Und das Jumppad nicht mehr und über die... Der Sessel, jagt den Sessel, das Buch. Oh Gott, eins der Bücher. Ich habe es verloren. Was in der Bibliothek ist. Ja, was in der Bibliothek ist. Oh Gott. Da ist er. Das Buch hier, das Braune. Hinter uns. Hier. Die Kerze. Ich sehe dich. Zum Kekazoffel und Hühner. Immer wieder verwandelt in was anderes. Zu spät. Ich habe auf dem Dach gestanden und habe einen von dir so einen fetten Käse gesehen. Da habe ich gedacht, das ist so schön, denn da... Okay, wir machen das jetzt so unter einer Minute, müssen die Props immer laufen. Also du musst grundsätzlich unterwegs sein. Okay. Alles klar. Hört sich weh an. Okay. Gibt es eigentlich bei den Hexen auch eine zweite Fähigkeit da? Komm mal auf hier. Ja. Ja. Glaubst du. Ich meine, ihr habt es jetzt schon bemerkt, spürt das irgendwie. Ja, das wird ja alles noch freigeschalten. Ekonal, mach die bereit, ey. Auch hier rauspacken können. Ah, ich bin perfekt, das bin ruhig. Das war so wunderschön. Das war auch angeschiert, Mann. Oh, Mann. Nein. Oh, arme Schieger. Nein. Lass das. Damit. Haha. Ich habe mich so schön angeschiert. Ja, du hast dich leider zu spät nochmal bewegt. Ach, Mann. Ich lag perfekt. Einer ist in der Bibliothek und oder obendrauf. Nee, nee. Ich bin draußen. Ja, das ist dann so. Aha, hier irgendwo. Ah, ja. Das ist krass, dass du auch bei der Bibliothek überall aufs Dach kannst und so. Da gibt es ja auch super viele Props, ne. Da irgendwo, hier, ja. Das Hülchen halt nicht einfach irgendwo stehen bleiben würde. Ja, ich weiß nicht, was für ein Radius der nach oben hat. Naja, das ist schwierig. Wenn er überhaupt einen Radius nach oben hat. Ich meine, der ist so ein Kreis um sich rum. So eine Katorfel, Katoschka. Wui. Hier trifft er ihn aber auch nicht mehr. Ist er drin ein Prop oder ist es gerade ein Hunter? Du müsstest aber auch Glück haben. Hier, das eine Hühnchen fliegt doch an, oder? Ja, ja, aber ich weiß, ich kann dir halt nicht sagen, ob der auch bis aufs Dach hoch geht. Ach so meinst du das? Draußen haben wir was gehört, Freunde. Ja, ich hab mich draußen verwandelt. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Okay, das ist halt. Okay, das ist schon ein Kartoffel. Ich habe auch viel Scharfschütze. Ja. Ach, scheiße. Einen haben wir. Hier ist sie, die wird weggekartoffelt. Ich kartoffel die Hexe weg. Ich war in der Bibliothek und bin das Buch aus dem Eingang wieder raus. Dann hab ich mich in einen Apfel oder was verwandelt. Und eines genau in dem Moment vorbei an mir. Das ist bitter. Ja, für den Hunter schon. Wo warst du jetzt, Toto? Also, wo soll der an dir vorbeigelaufen sein? In die Bibliothek rein. Wir haben ihn, ja. Nein, aber Toto hat noch einen gesehen. Ich mein jetzt da, ähm, einen Hunter. Also, kein Prop. Auch gleich ein kleineres Prop, ey. Die Hühnchen schlagen nicht unendlich hoch an, habe ich gerade gemerkt. Ja, dann muss er ja immer noch in der Bibliothek sein. Oder ist das Tau-Tau gewesen? Ich war in der Bibliothek und bin dann kurz raus. Aber es kann sein, dass... Ich hab jetzt eine Minute. Jetzt laufen die Props. Ah, hier komm ich hoch. What the fuck hat die denn da gemacht? Lage checken. Hier fliegt was. Da oben ein Buch, auf dem Dach. Ja, hier. Da fliegt ein Kissen. Raus ist ein Kissen. Wuhu. Ne? Bin ich schnell genug? Hä? Daher. Daher war wohl bei dir. Fang es. Ah nein, ist der Wunder da. Nein. Wow. Da kam ein Riesenbuchstamm. Nein, nicht doch. Du hast ihn auf dem Dach erwischt? Ne, da ist ein Blumentopf auf dem Dach. Borde vorm Haus. Er hat sich verwandelt vorm Haus. Ein Hocker. Apfel. Ich wollte mich dann als Hocker wenigstens noch richtig rum hinstellen, damit jemand auf mir landet. Ich bin den Flug auf dir gelandet. Ja, genau. Deswegen, ich wollte mich dann noch richtig drehen, dass du dann auch komplett auf mir stehst, aber das hat nicht ganz geklappt. Danach wechseln wir die Map. Oh, no. Wir wechseln zwischen den ganzen Tag Buch, den roten Kissen und den ganzen Tag um die Bibliothek rumgefahren. Ich habe sogar eine Zeit lang Q-Go verfolgt. Man kommt eigentlich nicht mal als Spectator aus dem Fenster da oben raus, wo ich da als Prof rausgegangen bin. Also auch den roten und runden Fenster bist du raus? Der aus diesem Glasdingen oben. Ah, so. Auspacken. Trunk. Ja. Nur die Geräusche dazu. So, wer meldet sich freiwillig hier? Ich bin versteckt. Wir haben jetzt mit allen Versteckern einen Tisch mit Stuhl und Schüssel gebaut. Das wäre so geil. Das wäre richtig nice. Ich bin Stuhl. Und ich schießt Lomb drauf. Ich habe keine Ahnung, was hier noch so alles prop sein kann. Ich bin gespannt, wenn der erste hier vorbeikommt. Oh, dem allen nicht hier. Ich auch nicht. Oh, hier hat sich wer verwandelt. Oh. Da steht er mit seiner grünen Mütze. Springt ein bisschen rum. Oh oh. Kurz hat mir vorbeigeflogen. Oh, er kommt raus. Au. Ah. Das war nicht die Richtigen gefunden, aber immerhin. Und jetzt hat sie sich auch noch hier im Laborin verwandelt. Ich glaube es nicht. Das ist schon mies, ja. Oh, knapp. Kannst du mal aufhören? Oh, da hat es einen Hühnischenort gefunden, hm? God damn it. Okay, gut. McFly noch mal in Kauf. Ich habe drei HP noch. Schlägt das jetzt doch nach unten aus? Aber nicht allzu weit. Das ist so eine Kugel um das Hühnchen rum. Ah, Kontran ist der dort. Ne. Kontran hat gesagt, du hast einen grünen Hut. Vielleicht habe ich auch keinen. Ich dachte, ich hätte ihn angezogen. Bist du auf dem Dach gerade? Unruhe ist auf jeden Fall der. Oh ja. Blanke. Bin der auf dem Dach? Nein. Der Leiter. Okay, dann hast du keinen grünen Hut. Immer noch im Labyrinth. Das ist ja oben. Das habe ich ja noch. Ich wusste nicht. Ich habe mir gefühlt auch schon alles abgeworfen. Und das Hühnchen sagt doch immer noch, dass sie hier sind. Ja, ja. Das kann aber immer auch. Wenn das so eine Kugel um das Hühnchen rum, wirst du kein oben drüber oder unten drunter sein direkt. Hab einen in die Kiste. Das war das Hühnchen von dir. Das war unter dir. Ach, wirklich. Ja. Okay, das sollen sie bitte, dass es... Ja, das kannst du... Wie schwer willst du es dann Leute finden? Es sollte unterschiedliche Farben haben. Ja, irgendwie so. So, wie weit das weg ist vom Huhn oder so. Aber gut, das Hühnchen hilft natürlich schon extrem. Ja, aber wenn es dir halt sagt, hier ist einer und dann denkst du... Ja gut, aber stell dir mal vor, du spielst ohne das Hühnchen. Wie willst du da den finden im Spiel? Da hat sich doch gar niemand verwandelt noch. Schwibliwibliwibliwib. Oder draußen. Wir gleich müssen sie ja eh laufen. Ich lauf dann als was ganz, ganz Unauffälliges rum. Busch. Ne, noch bin ich es nicht. Na, wahrscheinlich wäre scheiß aus. Uuuh, schnell weg hier. Wir müssen sie laufen. Warte, oben auf dem Dach. Im Biergarten. Wo? Nein, 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 nein. Hier, da, 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 da. Ganz oben auf dem Dach, ganz oben auf dem Dach. Ja, super. So, f***. So, warte, ich werde wieder zurück bei dem Blumentopf. Bei dem Biergarten, Tau, Tau. Das Hühnchen ist bei einer Angstschlange in der Mitte von dem Ding, aber es bewegt sich nichts. Bleib stehen, du Blumentopf. Ich muss weg. Ihr schwirrt. Ah, da, im Biergarten. Nein! Ja, genau, verwaltet bitte in größeren Zielen. Ja, ich wollte es dir leichter machen. Ach, scheiße, ich wusste nicht, dass man da durch die Tür durchkann. Kissen, Kissen außen bei Tau, Tau und mir. Ah! Verkraft. Sie haben die Fliege. Rodes Kissen. Lass mich in Ruhe. Nein! Ich treffe nichts. Ne. Apfel. Ne, blaues Kissen. Apfel. Verkraft. Ja. Haben wir. Holy Shit. Leute, lasst auf jeden Fall für die Folge einen Like. Da schaut bei uns vorbei. Wir wechseln die Map und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Hab rein. Tschüss. Euch hat's gefallen, ihr möchtet mehr sehen, dann links oben Kanal abonnieren. Links unten gibt's geil Merchandise vom Kanal, von anderen Leuten. Und rechts seht ihr zwei andere Videos. Könnt ihr gerne anklicken, reinschauen. Spaß haben. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. In Kombination. Ja. osn ins resolutions. Vielen Dank.